Hi Leute und zwar, ja erstmal willkommen zu diesem Video, zu diesem kleinen Infovideo, und zwar ab heute 18 Uhr geht das Projekt German Elite Relife in die nächste, naja was heißt in die nächste Runde, vielleicht in die beste Runde, die es je gibt, deshalb bitten wir euch, wenn ihr zu uns auf den Server kommen wollt, IP seht ihr hier, blau markiert, und wenn ihr natürlich auf unseren TS kommt, äh auf unseren Server kommt, weil ich muss gerade die Musik noch ein bisschen leiser machen, wenn ihr zu uns auf den Server kommt, dann, äh seid bitte gegen, da ja einige Bundesliga gucken werden, 17 Uhr 15, 17 Uhr 20, da, denn wir wollen, äh, also wir tun uns ein bisschen vorbereiten, ähm, um 18 Uhr wird ja der Server öffentlich geschaltet, also seine Zeit so gegen 17 Uhr 15 oder so, äh, auf dem TS, ähm, die TS-IP seht ihr jetzt hier eingeblendet, also, blau markiert, war sie gerade, ähm, ähm, aber ich werde es auch nochmal ganz dick im Video einblenden, nochmal, äh, Links machen, nochmal, äh, als, äh, in die Beschreibung packen, beide Links, und, ja, das sollte jetzt nur kurz gesagt werden, denn ich muss auch gleich schon wieder weg, weil ich gucke gleich Bundesliga, wie ja bekannt sein müsste, also, wenn ihr dabei sein wollt, heute, 18 Uhr, ist Eröffnung, 17 Uhr, so, ab 17 Uhr könnt ihr eintreffen, natürlich könnt ihr auch jetzt schon eintreffen, klar, ja, ähm, also, wie ihr wollt, mir ist es egal, wann ihr da seid, Hauptsache, ihr seid da, Hauptsache, ist jetzt irgendjemand da, und, ja, was ihr alles dafür braucht, ist, SMP, ja nicht, also, GTA San Andreas Multiplayer, braucht ihr, und zwar die 0.3Z, mehr braucht ihr ja nicht, und, ja, das soll's gewesen sein, für dieses Video, ähm, ja, ich weiß, sehr kurz, von mir, von mir, sehr kurz, aber, es reicht, ähm, ja, also, wenn ihr dabei sein wollt, 17 Uhr, auf dem TS, IP steht in Beschreibung, und wird dick im Video nochmal eingeblendet, und, ja, haut rein, tschüss, tschüss, so, ja, ihr werdet's wahrscheinlich gehört haben, also, beziehungsweise gesehen haben, äh, mein, ich hab ein neues Intro, ja, und, äh, das alte, das kam jetzt nochmal zum Schluss, äh, ich bin am überlegen, ob ich das alte und das neue nicht immer so zusammenschalte, also, äh, das alte vorne dran, äh, nee, das neue vorne dran, und hinten das, äh, alte dran, da bin ich wirklich am überlegen, aber, ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet, also, äh, bedanke ich mich fürs Zusehen, haut rein, tschüss, 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 Untertitelung des ZDF, 2020